Los! Komm! Alles schnell, komm! Sehr gut! Gut! Komm! 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 Bravo! Und wieder einmal sind wir hier in Burgdorf beim Strongman Contest 2013. Diesmal, das erste Mal mit der Schweizer Meisterschaft zusammen. Wir haben 20 Athleten am Start, wiederum aus ganz Europa. Wir haben auch wieder Patrick Baboumian als Gast, den wir in der Video sehen wollen, aus Referee. Und bis jetzt haben wir drei Contest durch. Es ist sehr gut gelaufen. Wir hatten einen kleinen Unfall, den wir durch die Sanität einsetzen mussten. Aber sonst ist alles reibungslos über die Bühne gegangen. Ich hoffe, dass es weiter geht und dass wir heute der stärkste Mal von Schweizer und die stärkste Frau von Schweizer werden können kühren. Nach dem Anlass geht es dann weiter, um halb 8 Uhr, mit der drei Schweizer Bands. Das sind High Heels, Disgroove und Berner Rock Bands, die heute Abend werden auftreten. Ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Jahr. 5.30 Sekunden 5.30 Sekunden 5.30 Sekunden wird garantiert eine neue Weise sein. 30 Sekunden zurück. 5.30 Sekunden 5.30 5.30 Sekunden Das war 3.30 Sekunden. 5.30 Sekunden 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 Auf die Schulter geworfen. Und jetzt kommt schon der Tierpass. Nicht so viel nachdenken, einfach losnehmen. Und... Willst du Schwung wohl aufstellen? Und jetzt los. Und jetzt kriegen wir die Spazine. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man da unter Hand kurscht, wenn man nachgreifen muss. Und los geht's. So ein Box ist natürlich auch extrem unhandlich. Da muss man einfach nicht streiten. So ein 50 Kilo Bierfass. Oh shit! Und nochmal nachgreifen. Und los. Und erst mal so. Wir sind gerade bei 10 Sekunden und sind jetzt schon bei der 2. Sekunde. Und jetzt gehen wir auf den Karin. 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 25 Sekunden. Also noch 50 Sekunden Zeit. In der Zeit wird es nicht liegen. Aber es geht jetzt natürlich nicht in der Dunkel so schnell wie möglich. die ganzen Mannschaft sind schon bei Bine Das Kleinen für uns. Und einen Mal geht's. Dann gehen wir auf den Karin mal her. Von der Himmel hombres. Grafik. Jetzt verlieren wir die Newcomer bis 90 Kilo mit dem Ragnolik unterwegs, 60 Kilo fast und mit Schwuppen jetzt. Ja genau, jetzt hochlegen und dann aufstecken. Er ist groß, er ist nicht froh und aufstecken. Unser Platz ist super. 60 Kilo, mal gucken, weil ich noch nicht weggehe. Und... Und 60 Kilo pass. Und dann sieht er, ob er schon ganz schnell aus unter seiner Kugel. Und dann kommt der Kugel. Und dann kommt der Kugel weg. Und dann kommt der Kugel auf. Ich habe da auch gewonnen und möchte dieses Jahr noch mal hin zur WM und gucken, ob ich da erfolgreich sein kann. Das ist gut, das ist gut. Jetzt! Die erste. Jetzt wäre es. Komm, los! Ja! Oh, Frau Weyres! Das Kommando wartet! Ah, Entschuldigung! Ja! Wir müssen aufmachen, wenn wir in der Runde ziehen können. Jetzt geht die Luft raus! Nein, sonst machen wir die zweite Runde gleich durch! Zweite Runde durch! Jetzt gebe ich genau zwei Runden. Achtung! Merkig! Los! Sieht so aus, dass doch alle Atmen in die erste Runde meint es nicht. Vier Runden durch! Und sie läuft immer noch weiter! Hier eine Halbrunde! Ja, kommt die fünfte noch! Fünf Runden! Noch ein paar Schritte! Das ist die fünfte Runde durch! Die fünfte Runde! Los! Los! Das ist die fünfte Runde! Komm! Bist du mal! Du musst mal schicken! Ja! Du bist ja der Runde! Komm! Oh! Die fünfte, die fünfte, die fünfte! Ja! Dopp! Noch mal 50 Kilo mehr, wir haben jetzt nur 100 Kilo noch aufgeladen. Das sind jetzt schon richtige Monster, die wir hier sehen. Ein und 2. Drei aus! Wir sind fest so, dass wir im Kanzensitzen. Drei, wei, aggressiv, wei! Wei, let's go! Asi, Asi, Os! Los! Los! Alle, alle! 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 Wart schon einiges? Ja. 40er. Also, wir sind auch erhöht! Das ist das Problem der Hälfte der Stürmer! Ja, nein, nein! Komm! Ja, nein! 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 Wie weit kommt der her? So, er muss jetzt los und jetzt ist er schon quasi an der Spitze. Ja, man sieht's, der läuft, ja? Vielleicht hat er noch mal zweieinhalb Runden, vielleicht schon mal. Zweieinhalb Runden durch. Jawohl. Kopf in den Nacken, den Hintern runter und wie eine Kniebeuge. Wie eine Kniebeuge. Kopf in den Nacken und Kniebeuge. Hoch! 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 So, I will die, so I will die. Go! Ich bin der Grund, das ist ein Lachen. Ich bin der Stimme. Ja, ich bin der Stimme. So, das ist schon. Applaus Ready, set, go! Komm mal, easy! Nice, nice! Komm mal, komm! Komm mal, komm mal! Yeah! Nun! Erkommt nur noch mal! Kommt mal! Kommt gleich! Ja, jetzt! Ja! Und gewonnen, Jukonger mit 90 Kilo, Micha Lehmann. Vielen Dank, Jukonger mit 90 Kilo. Erster Platz, der schwerste André, Lukas Mosel. Ungewonnen, Jukonger mit 90 Kilo. Gut gewonnen hat das Trockmann, Ramon Gysi. Stimmt, im Hofer Trigo ist der Drittplatzierte. Um, Jukonger mit 90 Kilo. Applaus Auf dem zweiten Platz der Strong-Omen der Schweizer Meisterschaft Nadine Steiger Applaus 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 Die Schweizer Meisterschaft der Strong-Omen und damit stärkste Frau der Schweiz Nadia Kieber Applaus 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 Und gewonnen an die Schweizer Meisterschaft in der Strong-Omen Kategorie und damit stärkster Mann der Schweiz Ramon Gysi Applaus 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 Applaus